Ich weiß, was ich will und was ich muss. Ich muss schreiben. Das ist meine Berufung oder meine Bestimmung. Und es macht mich glücklich. Auch wenn ich nicht so aussehe, aber es macht mich glücklich. Wäre schön, wenn du mit deiner Bestimmung auch Miete zahlen könntest. So, was machst du hier, Freundchen? Was rennst du mir hinterher? Oh Gott, scheiße, was machen Sie denn hier? Was? Ich... Sprich mit mir, Mann, ich kann dich nicht hören! Meine Klamotten? So, komm, komm. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Wie heißt du überhaupt? Frank, Bloomberg. Ich habe mit was Neuem angefangen. Aha. In der ersten paar Zeilen. Ich bin noch ganz am Anfang. Kannst du kochen? Ein wenig. Massieren? Ja. Okay. Mein Angebot. Ich verdiene die Kohle. Du hast ja sicher eine. Nee, nicht wirklich. Dafür machst du den Rest. Waschen, putzen, aufräumen, einkaufen, kochen. Und das Buch? Ähm, ich komme gerade aus der Programmsitzung. Sie ist total heiß auf die Story. Ja, deine. Aber das ist doch noch gar nicht fertig. Ich stecke mitten in der Arbeit. Wir leben hier zusammen. Wir schlafen im gleichen Bett. Gut, wir vögeln nicht miteinander. Das ist also alles ganz genau so wie in einer richtigen Beziehung. Du hast alles aufgeschrieben. Ja. Bin ich zu spät? Aber jetzt ist alles anders. Untertitelung des ZDF, 2020